Also das war jetzt euer Juke, Realtalk vom Feinsten, was wir da rausgezaubert haben mit unseren Predictions. Also die Sentinets signen tatsächlich eine Raid und Bang. Das sind jetzt schon irgendwie Fußstapfen, die man füllen muss. Also selbst wenn wir jetzt sagen, ey Sars, ich sportlich jetzt gar nicht so krass gewesen, aber trotzdem ja schon so zumindest brasilianisches Aushängeschild gewesen. Ist irgendwo ein Fußstapfen, den du füllen musst. Und also TENS ist schon, das ist ein riesiger Fußstapfen, selbst wenn es vielleicht sportlich nicht so auf dem Level von einem Durky Fußstapfen ist. Aber da ist schon viel Druck, glaube ich, auf einem Bang jetzt. Die Frage, die man jetzt natürlich beantworten muss, sportlich. Ist Bang jetzt ein Upgrade über TENS? Nur sportlich gesprochen. Und ich finde, TENS ist, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre gucken, wäre das jetzt ein krasses Upgrade gewesen. Aber ich finde, nach diesem letzten Jahr ist das schon debatable, ob das ein Upgrade ist oder nicht. Ich glaube, Potenzial ist natürlich da, dass es ein Upgrade ist. Aber ich glaube, also das, was TENS halt letztes Jahr gemacht hat, nochmal zum Abschluss, das wird schwer zu ersetzen sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein hundertprozentiger No-Brainer klares Upgrade ist. Am Ende haben wir letztes Mal auch gesagt, du kannst TENS gar nicht ersetzen in dem, was er tut. Diese Aggressivität in der Smoke-Rolle findest du sonst eigentlich nicht wirklich. Und Bang ist halt ein traditioneller Smoke-Spieler, der halt die Rolle spielt, wie man spielt. Und halt nicht dieser X-Faktor, den TENS hat er halt nicht. Aber gleichzeitig gibt es wen, den man spontan nennt, der Safe einfach mal besser ist in dieser traditionellen Smoke-Rolle in Amerika. Bang ist da schon bei den Top-Leuten dabei eigentlich. Ich glaube, vor einem Jahr hätte man vielleicht noch Mahft gesagt. Der kriegt wahrscheinlich gar kein Team. Wenn der überhaupt Bock hat oder so. Keine Ahnung. Bang ist als Smoke-Spieler eine Top-Option am Ende. Das ist einer der Top-Spieler in Amerika in der Rolle. Dann kann ich das auch sehr nachvollziehen. Ich meine, du hast ja auch nicht ohne Grund beim letzten Mal prediktet, warum holen die nicht einfach Bang? Es gab keinerlei Rumor, niemand hat darüber geredet. Bang zu Sentinels. Du hast gesagt, warum holen sie denn nicht einfach Bang? Ja, und das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern Bang ist halt ein guter Spieler in seiner Rolle. Der Vertrag ist ausgelaufen. Free Agent, kein Buyout. Und für Sentinels stand ja am Ende die Welt offen in der Rolle. Die hätten ja diverse zwei Spieler auch sein können, weil es ist ja auch so bei 100 Thieves. Bang ist raus. Wen holen die ja? Senna. Weil das halt die logische T2-Option war, nachdem sie eben Essential nicht gewonnen haben mit MIT. Es gab ein paar gute Optionen auf Smoke und mit Bang hast du wahrscheinlich die genommen, wo ich sagen würde, das ist so der höchste Floor in der Rolle, den du haben kannst. Du weißt halt, wie Bang spielt. Der hat eigentlich nie schlechte Matches oder so. Der spielt immer seine Rolle. Der macht immer seinen Job. Der ist sehr, sehr gut da drin. Und ich finde, der hat auch Potential, Star-Rolle in eben dieser Smoke-Rolle einzunehmen. Also auch auf dieser Position ein Star zu sein und Star-Stats abzuliefern, das kann Bang glaube ich schon in einer, wie gesagt, in einer anderen Rolle als es Tenz dann gemacht hat. Aber ich glaube, das kann Bang schon. Und wenn man sich alle halt Smoke-Spieler anguckt, die halt available waren, ja, gute waren am Ende. Ja, muss man sagen. Aber ich habe nicht nur Bang predicted, ich habe auch den 100 Thieves schon predicted, Alter. Schön das 100 Thieves-Trikot nochmal ausgezogen. Also ich muss sagen, also ich bin schon ziemlich schlau. Ähm, nein, natürlich, äh, alles, alles Spaß. War ein Glückstreffer, wie die anderen Treffer von uns. Ja, und dann Narrate. Für mich übelst der No-Brainer. Also individuell so oder so, Sasi jetzt echt schlecht gewesen, also schlecht ist vielleicht auch übertrieben, aber Sasi halt über dem Zenit gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, und Narrate kommt aus einem sehr, sehr guten Jahr mit, äh, mit, mit K-Corp. Ähm, war auch in den Phasen, wo es nicht so gut lief. Trotzdem noch Stat-Wise echt gut mit einem Start in dem Meer im Vergleich. Und ich muss mal wirklich sagen, wen hättest du denn sonst holen sollen? In der Rolle war eine Raid eine Top-Option. Ja. In der Off-Season auch, ja. Für mich No-Brainer. Also auch ganz klare Nummer 1-Option eigentlich gewesen. Ja, kann man schon, kann man schon so sagen, glaube ich, ja. Ja. Also Sentinets wirklich gute Moves. Jetzt ist halt nur die Frage, also Narrate haben wir eigentlich auch schon im letzten Talk drüber geredet, weil wir ihn dabei auch hatten. Ja, genau. Also falls euch das interessiert, guckt euch das Video gerne mal an. Ähm, aber jetzt muss man halt sagen, ey, eigentlich, bang, diskutabel, ob das jetzt direkt ein Upgrade ist oder wie auch immer, ne? Narrate klares Upgrade. Und bei Sentinets lief letztes ja eigentlich schon relativ gut, würde ich jetzt mal sagen, für Sentinets-Verhältnisse. Ja, ein Tön-Rund gewonnen, Alter. Die Erwartungen sind doch jetzt noch mal höher, Alter. Gerade weil Amerikas jetzt gerade noch so ein bisschen aussieht, als ob sich da die guten Teams ein bisschen zerschießen, Alter. Ja, also. Für mich Nummer 1 verwurte. Amerikas-Overall schon interessant. Also Sentinets wieder oben mit dabei, was Amerikas angeht, das muss man auf jeden Fall, glaube ich, so stehen lassen. Aber, also am Ende ist ja immer noch die Frage, sind die jetzt besser als dieses Jahr? Ist das besser mit Narrate und Bang als mit Sans und Sassi? Und wenn wir eins und eins vergleichen, nämlich jetzt mal eine Raid gegen Sassi stellen, ich finde, eine Raid ist besser. Ja. Ist, ja, okay, Sassi war auch eher Roleplayer, also der hat auch eher so Arschrolle gespielt, sag ich mal. War jetzt, der hat jetzt nicht, ne, der war nicht Job-Starspieler, statistisch krass sein, das war nicht Sassis Job. Aber eine Raid kann das halt machen und der Vergleich ist deswegen vielleicht unfair, weil das nicht unbedingt Sassi Job war. Aber ich glaube, Sassi war auch nicht in der Lage, das so überhaupt zu spielen. Also eine Raid ist ein Star in seiner Rolle, der bringt Star-Power, Fire-Power und deswegen würde ich sagen, eine Raid auf jeden Fall besser als Sassi. Da hast du quasi einen Upgrade in meinen Augen. Unterschiedlich, die spielen unterschiedlich, das heißt, Sentinels und auch ein Joint QT, die müssen jetzt unterschiedlich spielen, unterschiedlich callen, ein bisschen auf jeden Fall, das macht einen Unterschied. Aber ich würde sagen, eine Raid auf jeden Fall besser als Sassi. Und jetzt, was Bang und Tens angeht, wird halt anders. Auch sehr unterschiedlich in ihrem Style. Ja, anders, ja. Du hast weniger X-Faktor, weniger Tens macht krassen Mechanical Skill, mal irgend so einen krassen 3K auf einmal schießt alle weg. Solche Runden wird es weniger geben, aber vielleicht hast du mit Bang mehr Reliability. So mehr Vorhersehbarkeit auch für dein Team. Höherer Floor. Ja, ich würde sagen, Bang hat einen höheren Floor als Tens, ja. Ja, ja. Valide. Dafür niedriges Ceiling. Ja. Erwartung, Sentinels? Schon sagen, auch Top Team Amerika. Top Team Amerika, internationale Turniere. Ob es für Titel reicht, interessant, auch mit den Genji-Room, beziehungsweise mit dem, was bei Genji gerade abgeht. Ist das jetzt besser als Vitality? Nee. Nur Firepower-technisch ehrlich gesagt, Vitality ist safe drüber. Ja, ja, klar. Und als Fnatic kann man, glaube ich, vielleicht drüber diskutieren. Nee. Also wir reden hier halt noch über Leo Chronicle Alpha, ja so. Das ist eine Stufe über jedem Spieler bei Sentinels. Kann vielleicht ein Argument machen, Secken ist besser als Kajak, aber. Ja. Secken besser als Kajak, ja. Ja, doch. Ist okay.